hier kann man jetzt wunderbar auf computer etwas sehen und etwas dabei hören das geht auch wunderbar mit youtube da kann man wunderbar wieder hören und etwas dazu sehen manchmal also das ist bei youtube etwas verschieden manchmal kommt auch richtig schöner super 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 film so wie dieses hier zum beispiel das auch youtube das ist super gegend hier man kann sehen alles was man will kann man sehen so zu einem schönen anfang gehört auch das hier was habe ich jetzt vor mit euch ich will nur schnell was schreiben so an diesem bildschirm kann man sehen dass man schreiben kann so schreibt man und so macht man dann eine markierung hier das ist alles wird 2010 jetzt hier und hier macht man dann so und der text steht dann so ist der text dann fertig und den speichert man dann ab und dann kann man auch ausdrucken auf einem papier dann ausdrucken damit es auf papier ist so das war jetzt ein computer anfang